Ich darf euch heute herzlichst begrüßen wieder zu Omas Kitchen Heute machen wir eine Sondersendung zum Fasching. Dazu habe ich mir einen speziellen Gastkoch eingeladen, unseren Moderator vom Kaffeetratsch, Erik Volkmann. Der hilft mir heute, die Haufen Menüs, die wir haben. Das ist schon allein, das ist ja kaum zu schaffen. Alleine, unmöglich, unmöglich. Das erste Menü haben wir eh schon fertig für den Bundespräsidenten. Das machen wir gleich noch auf die Seite. Und als zweites Menü, was machen wir? Fangen wir mit der Regierung an, mit der ÖVP an. Was machen wir für die ÖVP? Einen falschen Hasen. Einen falschen Hasen, die sich nur passen zur ÖVP. Passen zur ÖVP, ein falscher Hase. Dazu brauchen wir ein bisschen Fascherz, ein bisschen Zwiebel. Zwiebel schneiden ohne Fingerkuppen, wäre auch gut. Und wir haben einmal, ob ihr das noch können. Habe ich auch noch etwas zu tun, aber da stehen wir so in der Gegend herum. Du kannst mir zuschauen, wie ich es finde, aber nicht? Aha. Cool. Nein, wie war das mit dem? Ich schaue lieber weg, ich bin kaputt zu. So. Das haben wir da rein, einfach ganz hoch, gell? Das rief ich da zu. Da kannst du ein Faschier, die gleich zu. Das kann alles der Punkt durchmischen. Ist für die ÖVP alles nicht so ganz genau, weil sie nicht, man ist auch nicht so benaubt mit den Erkrankungsbeschlüsse, gell? Also einfach rein ich damit, so wie sie dann mit den Beschlüsse, so wie wir mit den falschen Hase für die Regulierung. Normal rein, ja. Normal rein, ja. Normal rein ich. Ja, nur werden sie reingehört mit dem Fasch verdient haben. Verdient hätten sie es nicht, aber ja. So ist es dann wahrscheinlich schon. Spurpeffer. Pfeffer. Ja. Ja, dann du. Ja, du. Jetzt verheine ich. Schau mal wie viel. Ich trinke dabei noch einen Schluck. Ja, aber ich schaue es dann auch hin, so scharf sind sie denn nicht. Nein, so scharf sind sie nicht. So scharf sind sie nicht. Das mal ist genug. Da rein. Frierst du? Aha. Frühe einmal um. Mal vermischt man das schon mit der Hand. Ja, in der Reif ist möglich. Normalerweise vermischt man es mit der Hand. Ja, dann du. Sonst dauert das ja. Neue Ewigkeit. Kochen ist und bleibt ein Handwerk. Also. Machen wir es auch mit der Hand. Gell? Die hat schon wieder gepotzt. Das passt. Die potzt die und die Hand. Unsere Regierung potzt die und die Hand. Also. Also passen. Ja, ja. Machen wir einen Hasen für den Schmähhammer. So. Geht dann eine Ei- und Würste rein, he? Ne, da haben wir das Problem. Die Würstel hütteln auch im Parlament. Und Eier haben sie keine. Also. Sparen wir es das auch. Sparen wir es das auch. Den zweiten Hasen. Den haben wir jetzt auch. So. Da oder. So. Das passt. Gell? Das passt schon so. Das was noch übrig ist. Könnte keine Zandspartner. Passt so. Mal kurz die hinwaschen. Sollten wir das dann in den Ofen gehen? Haben wir das in den Ofen? Ja. Genau. Bin ich unterwegs. Auf der mittleren Stufe. Weil ganz auf der höchsten sind sie nicht. Und jetzt. Na ja. Könnte man aber nicht bei mir auch noch zu machen. Ja. Nicht ganz heiß. Weil mit denen labern wir ein Versprechen. Passt das so. Mit der Temperatur. Gell? Dann können wir antworten. Und Tee trinken. Und Tee trinken. Ach, trinken wir Bier. Ist gut. Prost. Du trinkst kein Bier. Du trinkst kein Saftlob. Ach. Ach. Und jetzt. Fertig? Ach. Du musst eine falsche Hase packen. Können Sie noch was dazu? Oder reicht das? Sie können dann noch eine Beilage dazu. Eine kleine. Aber die machen wir nach, wenn der Hase fertig ist. Nicht bei der Beilage. Gell? In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit. Können wir ja was für die SPÖ machen. Nehmen wir die nächstgrößere Partei. Machen wir die nächstgrößere Partei. Machen wir die nächstgrößere Partei. Machen wir die SPÖ. Gell? Für unsere liebe Fendi haben wir ganz was Süßes heute. Weil sie ja ganz süß ist. Gell? So. Darf ich was vorbereiten? Den Tops brauchen wir. Genau. Und der Schüssel. Besser. Ja. Gut. Schüssel. Nicht besser? Nicht vom Schlung. Gell? Gewisse Leute gehören zu Schlung. Ah, gewisse Torte gehören zu Schlung. Gell? Tom. Komm mal ein bisschen. Bisschen. Lötchen. So. Ja. Ja. Du hast ja auch was. Kann man was hängen? Nein. Nicht zu ihr. Ist doch wurscht. Das ist ja nicht großzügig. Kann man noch ein paar Prozent. Kann man noch ein paar Prozent rein. Weil sie ja offen sind ein bisschen mehr Prozent. Bei der Nachsruhe. So. Okay. Okay. Den Tops rein. Und was ist ja auch kein Ereherum. Das ist aber ein Eske. Ja. So. Zucker. So süß wie die Rende ist, kriegst du viel Zucker. So. Ja. So. Schau mal, ob diese schöne Torte wird. Ja. Da wird ja ein bisschen Milch rein. Ja. Das haben wir jetzt durch. Das machen wir abattlich. Das machen wir abattlich. Das machen wir abattlich. Das wird ja nicht auf die Suche bekommen. Das machen wir abattlich. Ja. So. Natürlich. Natürlich. Mach ma das Ganze, damit es passt. Aber hier haben wir auch noch. Und dann muss es passen die EFN. Dann muss es passen die EFN. Oh, weißt du, da habe ich jetzt die Spitzen von der Spritzen mit aufgenommen, jetzt ist so dünnig, wie gesagt, es ist ja kein Mann. So. Das machen wir jetzt, für den Ende machen wir es jetzt ganz in Rot, schau, wie ist das was schönes, super, ist das auch so dran, oder? Ist das ein Traum, schau, wie schön das ist, für unser Ende. Nur für Sie. So, und jetzt haben wir einen Löffel, einen Löffel, einen Löffel. Darfst du heute noch die einfüllen, oder? Ja. Hübsch, das passt, Graf, ja, das ist was ich mir da besucht. Na, das ist was denn. Was ist ein bisschen ein Morgs, wie es halt in der ESPÖ zur Zeit läuft. Was ist ein bisschen Morgs. So, das ist dann mal da. Ich bin ja so, wie in Wiesch und Tasse, ja, wei. Ja, ja. Weil wenn Sie drüber durchsteßen sind. Ja. Wurst, gemein, kann man stand, geschült ist Corona. Vielleicht, damit ist es toll, wird das Blech gekämpft. So, genug. Wird es so viel einfach oben nehmen? Ist viel genug. Und da haben wir jetzt ein großes, schönes, ja. Weil, wie du gesagt hast, richtig, Sie sagen, eh so ein Ja und ein Morgs. So, da haben wir jetzt ein bisschen zu wenig. Hört wieder raus. Mach das ja, ne. Ein paar Prozent für die Makarei. Okay. Das tun wir gleich so husch, fusch, wie es der Brauch ist. So. Na bitte, ist ja perfekt. Schmeißt du es ins Heim? Gut, ich schmeiße. Ja, ein Kegsau, ein Kegsau für die Jasacher-Partei. Die, was sie jeden Jahr und am Ende sagt. Da rein? Ja. Ganz unten rein. Sie sind da noch ganz unten, also können Sie da ganz unten rein sein. Ja, wo? Gell? So passt das. Das haben wir auch schon erledigt. Aber jetzt haben wir es fast. Jetzt haben wir es fast, ja. Ja. Müssen wir ein bisschen abwarten. Warten wir, bis der Hase fertig ist. Das wird aber nicht mehr lange dauern. Weil der Kuchen fertig ist. Der Kuchen ist auch gleich einmal fertig. Hört ihr, ach, Mama, war nicht. Dass der Bundespräsident mit da haben muss. Könnte man natürlich auch machen. Gell? Könnte man es dann ja auch. Dass der Bundespräsident wieder was kriegt. Ja, wir müssen wir es sogar haben. Ja. Dann schauen wir, ob der falsche Hase schaut. Der wird jetzt nicht so fertig sind. Schauen wir mal. Jetzt können wir schauen. Jetzt können wir schauen. Jetzt können wir schauen. Lass meinen Sieber gaschen. Ui! 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 Expertenmeinungen sind ja nichts mehr. Ui! 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 Die haben zwar keine eigene Mengen, aber das, was sie haben, ist halt... Das tun wir da rotes Jahr schauen. Auf roten Deller. Rotes Jahr auf roten Deller. Rotes Jahr auf dem Hintergrund. Dann kleiden wir die Schwarzen dazu. Kleiden sie unsere Jahre. Und jetzt machen wir was für unsere Grünen. Genau. Da nehmen wir wieder unsere schöne Gurke. Schneiden wir aber nur das Mittelteil raus. Wie darf auch jetzt? Schneiden wir nur das Mittelteil raus, weil hinten und vorne können sie sich sowieso nicht aus. Jawohl. Sie haben auch hinten und vorne keine eigene Meinung. Also nur Mittelteil. Eigentlich sollten wir eine Senfgurke machen. Weil die geben wir auch immer überweilen Senf dazu. Das machen wir jetzt auch. So fein. Nein, nicht zu dünn. Ja, ja. Und da machen wir jetzt, schau. Das legen wir da so auf. So schön machen wir das ein bisschen. Viel saugen wenig. Weil die saugen sind ja ganz gut, aber die Grünen. Viel saugen sind ja gut, die Grünen. Und wenn du sagst Senfgurken, schau. Weil sie ja überall ihren Senf dazugeben. Geben wir auch dazugeben zu den Grünen. Gell? Und? Und? Wieder was geschehen auf der anderen Seite von den Schwarzen. Bis ans Wolzen gehen wir mal. Neug. 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 Ihr wollt da jetzt nicht mehr dabei sein. Ja, und dann, wollte ich sagen, haben wir die nächste Partei. Die nächste Partei ist die FPÖ. BeUM. BeUM shrug. BUM'n mir die Bla chaîne. Für die bla chaîne haben wir eine Pfanne vorbereitet. Und? Schau dir doch mal das an. So wie ein fettes Steck. Ist das ein Traum, oder? Ist das ein Traum? Und die Bladen, da macht man halt so ein fettes Deckel. Salz drauf. Pfeffer drauf. Du hast mir da ein Löffel Schmerz reingepfangen. Ja. Weil die Bladen sind schon der Wahnsinn. Ach, da müssen wir ein bisschen mehr Pfeffer. Die Schärfe vom Kiki müssen wir schon umbringen. Ja, das ist ja der Kiki. Da müssen wir schon ein bisschen was umbringen. Da müssen wir schon ein bisschen Pfeffer drauf. So. Ja, ja, häufig. Sporn, sporn, sporn. Die Bladen müssen sporn. Die Bladen müssen sporn. So, und das haben wir jetzt am Braten. Schön. Lass uns das da rein. Bei Zeit Nandelraten. Bei Zeit. Da müssen wir mal schauen, ob wir da eh was Gutes hernehmen. Um da was Gutes zu wischen. So ein Achtal müsste man schon reingepfangen in die Sauce. Schauen wir mal ein Achtal, ob das durchbrust. Prost. Prost einmal jetzt den Rest in die Sauce oder das Achtal. Kommt drauf an, wenn das schmeckt. Normalerweise brauchst du ein Achtal. Das wäre so viel. Aber wir haben es jetzt bei den Bladen. Jetzt haben sie noch 10% gell. Ach so wird dein Recht. Der von uns. Der von uns. Der von uns. Geht grad drücken. Dann müssen wir mal ein bisschen. Ist ja das noch fast zu viel. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber ein bisschen was müsste einer schon geben. Bisschen was von Wunnen, aber so viel auch nicht. So ist das noch nicht, gell? So ist das noch nicht, gell? Das mache ich fast. Das mache ich fast. Das mache ich fast. Keine Rechnung. Ja, ja. Ach, geh mir auch noch. Geh mir auch noch ein Riepferl weg. Das ist. So geht es nicht so weiter. Ah, jetzt ist es wieder zurück. Das ist wieder zurück. Ich muss wieder runter. Ah, nicht mehr. Das nutzt ihr nicht. Prost. 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 Ah, so ein Leben von Kuchen ist schon weit, gell? Ja. Überhaupt beim Abmessen. Ah, ja. Was nicht jetzt so aus. Was kein genaues Prozentmaß hast auf dem Blasel ist das schon. Schwierig. 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 So. Das Steak brutzelt schon. Hört das? Ich hör's. Ich nicht? Nein. Aber schauen wir mal. Das ist wieder ein Blaufrenntisch. Schauen wir mal. Blaufrenntisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, schau das brutzelt schon. Ui, das ist schon gebraten. Schau wie schön. Ui. Mh. Ah, Fingerhalle. Kommen wir es da auch noch. Also gut. Unbedingt. So gut. Mh. Das ist ja ein Blaues Deck. Die werden sich ein Blaues Wunder errennen. Ja, aber erst wann das ausfällig ist. So wie bei der letzten Regierungsauflösung. Und auch ein Blaues Wunder errennt. Na ja, da haben wir schon mehr Blaues Wunder gehabt. So. Gehört eine schon drüber das? Mh. Die brauchen das alle vorhin. Das gehört ja drüber, gell. Wir können ja auch ein Wieschen aus. So. Das ist jetzt perfekt. Schau. Mh. Gehen wir das drauf. Jetzt kommt der Rot rein. Jetzt kommt der Rot rein. Mit Rotwein aufgeessen, schau. Schon viel, he? So viel Prozett haben sie auch nicht? Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Sollten wir oben drüben. Dann können wir ein bisschen grauen. So. Das ist jetzt schon sehr wichtig. Ja dann. Gib ein bisschen Blaues dazu. Dann machen wir ein bisschen Blaues dazu. Ah, schau. Ah, so schön blaues. Ah, ist das schön blaues. Jetzt passt's. Ah, ist das schön blaues. Jetzt passt's wenigstens mit der Feuer. Ah, ja. Ah, das ist viel. Ah, nein. Ah, nein. Weißt du nicht? Weißt du nicht, was da noch rein gehört? Na? Bitterschokolade. Achso, das brauchen Sie ja. Ja, weil das letzte Ergebnis wäre, war schon sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Oh ja. Das ist mein Koppel. Brauche ich. Den habe ich da. Bitterschokolade gehört ich nicht. Weil das... Unbedingt. Ja, ihr Ergebnis lässt man so bitter war. Schau. Da gehört was eh nicht. Da müssen wir schauen. Das müssen wir da jetzt schauen. Schau, wie schön. Ha. Ist das nicht eine Pracht. Schau. So ein Blaues Soßerl. Schau, wie schön. Ah, mit einem leichten bitteren Nachgeschmack. Ah, das gehört dazu. Geil? Na ja, der bitteren Nachgeschmack. Der bitteren Nachgeschmack gehört. Schau, innen ist es noch schön rosa, das Deckel. Ah, das ist was Feins. Ha. So. Na dann. Das können wir dann schon richten. Das ist schon fast fertig. Das ist schon fertig, oder? Aha. Na dann. Nimmst du das mit? Na klar. Du trägst die lastige Pfandwartung. Ich kriege dich auf. Jetzt schauen wir mal. So. Wo richten wir es mich jetzt an? Wo richten wir es jetzt an? Jetzt müssen wir uns einen Teller besuchen. So. Man bringe einen Teller. Bisschen wenig Rotwein-Sauce ins Tisch. Ja, dann müssen wir noch Träpfchen drauf brauchen. Ist ein Blau noch dazu? Hallo. Ist ein Blau noch dazu? Nein, ich habe noch ein bissl Rotwein drauf, einen Blau-Frein-Tisch. Da habe ich drauf dran. Geil? Weil es da ein bisser wenig Sos ist. So. Da kriegt man das jetzt super anschauen. Ganz hart so. Wie es sich alle auch machen können. Schneiden wir es auf und zahlen wir es. Innen noch schön rosa. Gell? Schau. Wie schön rosa das ist. Na ja, das Fleisch. Das ist ja immer mehr Rot. Das Fleisch ist jetzt nicht besonders warm, aber das Sosal, das Blaue Sosal. MAH! MAH! Das Blaue Sosal gehen wir drüber und das versteckt jetzt alles. Das versteckt alles. Das Blaue Sosal. Das Fleisch heißt nichts, aber die Sosal. Die Blaue Sosal ist ja dran. Das Fleisch ist... Das Fleisch ist... Na ja, weißt du nicht. Das ist halt ein Stückes. Ja, was das ist. Das ist, als würde die Polizei pferde halt, und als würde die Dings halt, was das ein bisschen... ein bisschen eine zahlige Geschichte, aber was Sosal ist. Das Blaue Sosal ist ja dran. Mit dem Pferd hat ja einer funktioniert. Nein, eben. Ich hätte gesagt, wir stellen sie ein bisschen abseits, weil... Das wärts gewählt. Ja, stellen wir sie ein bisschen abseits, weil die... Die fassen ja nicht so gut zusammen. Nein, da müssen wir normalerweise... müssen wir normalerweise eh noch was dazwischen stellen. Gell? Müssen wir normalerweise noch was dazwischen stellen, oder? Na ja, wir haben ja noch was. Ja! Haben wir nicht noch was? Unsere... Würstchen. Ne? Aber leicht warm ist, wie ich standen will. Leicht lau warm. Das ist das weiche. Das ist das weiche. Du sagst lau warm, genügt. Machen wir eine Würstchen. Leicht lau warm. Ganz leicht. So, das ist schon... Das ist schon schön. Bisschen. Bisschen lassen wir so ein bisschen wärmer kassen. Für die Neos kein bisschen wärmer kassen. So lau warm. Ja, so. So, das ist schon gut. Schau. So, machen wir ein bisschen. Und dran. Genau. Dies passt. Genau, alle Seiten. Lau warm passt. Leicht lau warm. So. So. Man bringt ja den Senf. Das heißt, die Einheit gehört hinter mir. Warten darfst du, man bringt ja den Senf. Füüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ja gut, nix gescheiße sein und nie rauskönnen wir die reißen. Also und Zwischendritte bleiben, dass die so weiter wegstellt. Ja, ja, zweng weit, zweng weit, zweng weit, zweng weit. Da müssen wir normalerweise eine Abstärkung dazwischenlegen. Oder einen Zaun dazwischenlegen. Gut, passt. Das ist eine Ausgrenzung. Weil alle Meinungen sind ja gefragt von da und die Meinung, die ich will, keiner hören. Darf die hören sie eh nicht, ne? Nein, 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 glaube ich, passt das ja so. So, und jetzt zu Ehren unserer armen Ausgegrenzten. Prost. Prost. Weil, wenn wir da sind, kochen wir gut und dann trinken wir ausgescheiße. Machen Sie einmal Schmalzbrot. Ja, ein gutes fettes Schmalzbrot. Einmal gut. Jetzt haben wir die Bundesregierung durch. Nehmen wir mal unsere fleißigen Beamten. Nehmen wir das Finanzamt. Finanzamt fettes... Machen wir mal ein richtiger fettes Schmalzbrot. Machen wir mal ein richtiger fettes Schmalzbrot. Richtig fürs Finanzamt, gell? So, noch mehr, mehr Schmalz, mehr Schmalz, mehr Schmalz. Schau. Ja, nein, das machen wir schon für uns. Na ja, nein, das ist für Finanzamt. Wir schauen dann, was überbleibt. So, gell? Ein paar Grammchen drauf. So. Na, die ist von dem Finanzamt gezählt, hm? Ja, ich hab das gewisse Cent. Ja, weißt du nicht, wo steht denn? Wo steht, wo Finanzamt gezählt? Wo Finanzamt gezählt? Wo Finanzamt gezählt? Was machen sie? Da nehmen sie gleich einmal die Mehrwertsteuer weg, gell? Oh nein, die Schüssel, weil das kassiert ja das Finanzamt. Die Mehrwertsteuer nehmen sie weg. Neun, von den Betrieben die Kommunalsteuer nehmen sie weg. Gell? Ja, die Körperschaftsteuer und die Einkommenssteuer. Ja, die Einkommenssteuer. Die Lagensteuer. Gell? Na ja. Ja. Naja. 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 Aber die Arbeiter werden nicht mehr überwärmen. Wir werden nicht mehr zum Wissen kriegen mehr. Und ich, aus einem Hungerländer, Notländer, drei Hauben koche. Schaut euch an, ich hab drei Hauben. Ich muss mit dem... Der vierte Jahr fahren. Das fließt das Finanzamt und das krieg ich. Das ist ja ein Trauerspiel. Nein, das ist ja ein Trauerspiel. Nein, das... Nein, das mein ich, das... Das kriegst das Finanzamt. Ja, eigentlich kriegt das Finanzamt, gell? Eigentlich, das Pflanzen, das ist bei mir. Das ist bei Pinz. Nein. Nein. Nein, was wir alles an. Nein, das macht... Das drin macht einfach keinen Spaß, gell? Was nehmen wir als nächstes? Als nächstes nehmen wir die Energie Burgenland. Oh. Ja, da geht's um viel Luft. Da, da haben wir... Da hast du schon was hergekriegt. Da hab ich schon was vorbereitet, ja. Da geht's um viel Luft. Da haben wir einen schönen Topf. Da lehren wir jetzt um. Ne? Wenn ihr die Burgenland, mit dem ganzen Windräder mich aus, kriegt ein Luftgulasch. 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 Und ein Papierknügel dazu. Genau. Luftgulasch. Und ein Papierknügel dazu. Luftgulasch und ein Papierknügel dazu. Den tun wir da rein, ich denke, Energie Burgenland. Gell? Weil... Das ist wohl jetzt schnell. Windräder. Stromkreis. Viel kochen können wir nicht, weil der Strom so rei ist. Gut, haben wir das Kitchen gekocht, eh auf Holz, Gott sei Dank. Gell? Da haben wir einen Lampartteil. Wollen Sie das? Wollen Sie das? Wollen Sie die Wälder jetzt auch noch wegtun? Und eine Photovoltaik? Boah! Den können wir auch nicht mehr herzen. Dann ist es ab. Dann müssen wir das Holz aus dem Ausland importieren. Dann müssen wir es. Dann müssen wir es. Dann müssen wir es importieren. Alles klar. So. Aber wir haben bei einem Wasserverband. Unser Wasserverband ist natürlich der Wichtigste, gell? Unser Wasserverband. Ich wollte da am meisten unter den ganzen Zutaten. Genau. Die Zutaten. Wasserverband, gell? Wassersuppen, hätte ich gesagt. Ein Wassersuppen. Dann macht es eine Prise. Eine Prise sollte sein. Eine Prise sollte sein. Prise sollte sein. Machen wir einen Wassersuppe für den Wasserverband. Für den Wasserverband, ein Wassersuppe. Weil mehr haben Sie nicht mehr für Wasser. Bisher angewärmt. Bisher. Bisher. Wann machen? Es muss rechnen. Machst du recht schon? Aber ja. Naja, du darfst das schon, weil da warm. So richtig kalt kommen sie nicht runter. Deswegen reicht es, ja. Reicht schon. Dann machen wir. Dann machen wir recht schon. Sommer ist recht schon, gell? Dann machen wir das Wassersuppe. Dann machen wir eine Suppenschüssel. Eine. Eine. Gell? Eine. Dann machen wir eine Suppenschüssel, eine Wassersuppe. Gell? Perfekt. Die stellen wir da oben. Hoppla! Nein! Jetzt haben wir das Wasserverband auch verursacht. Sehr. Ja, das macht der Wasserverband auch. Hoppla. Und schon. Das ist ja bei Herrn Zehr auch schön langsam unterbraucht, dass das Wasser schon verursacht. Wie gerade in der Gemeinde Weiden wieder passiert ist. Und keiner weiß. Keiner weiß. Das ist keiner schuld. Und keiner zahlt's. Das passt schon. So, das Wassersuppe. Das passt schon. Der schuld, der... Der ist mehr. Mehr haben sie eigentlich verdient. Der das Wasser auch. Nein. Jetzt brauchen wir aber eine Trocknungsfirma, die das... Schwierst du Trocknungsfirma? Aber ja. Genau. Das kann nicht so schwer sein. Nein. Das Wasser schon beseitig ist nicht so schwer. Wenn ein trockenes Tiefel geht, ging das noch besser. Das passt schon. Ja, jetzt haben wir noch einen Burgenländischen Müllverband. Der Müllverband gibt ein Spiegelei. Ein schönes, wunderschönes Spiegelei. Das machen wir jetzt. Ja. Das ist gering. Was glaubst du denn? Für den Müllverband. So. Die Eier schon eben fachgerecht entzahlen, woi? Jawohl. Beim Müllverband. Ganz heutig. Ja. Und das haben wir jetzt am Herd. Spiegelei. Bei Waffen mitnehmen, ein Spiegelei haben wir angehabt. Ich werde das kontrollieren, ob du das auch gut bekommst. Ich bin drei Haugenkocht, bitte. Sieht mir das nicht. Ich werde mal ein Spiegelei jetzt haben wir ja. Achso. Ich geh. Was glaubst du denn du? Ich werde das kontrollieren, ob ich dann Spiegegen kann. Ja, 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 ja. Schau mal. Wenn ich mich nicht spiegen kann, wird das nicht gut. Ganz. Ganz. Würze, wie es man sagt. Der Müllverband hat schon ein bisschen Würze verdient. Jawohl. Die sind schon, die sind schon gut. Die sind immer fleißig. Die sind fleißig, die sind fein Arbeit. Hier haben sie was geißen. Hä? Ah, wie schön ist mir. Ich mache das schon wendlich. Schau, wie die schön wird. Schau, wie die Spiege. Achso. Nicht? Nein, ich hab meine Brünne da. Ja, schon. Spiegel nicht. Spiegel nicht. Spiegel nicht. Spiegel nicht. Spiegel nicht. Der Pfeffer macht einen Schatten. Was? Der Pfeffer macht einen Schatten. Achso, ja, wird der Pfeffer. Sonst würdest du schon spiegeln. Das kann sein, ja. Na schau, das ist aber... Nein, für unseren Müllverband rollt uns einfach nichts. Da gibt es einfach nur das Beste vom Besten. So. 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 Ich sag's ja, ohne ihn wäre ich heute komplett aufgeschmissen. Das wird einfach nichts scheiß werden. Das wird sich nicht einmal finden. Nein, das ist ja wahnsinnig. Schau, wie so. Ach, ist das schön. Super. Nein, ist das eine Augenweide. Schau mal, wie so. Na ja, jetzt. Jetzt haben wir nichts mehr. Schaut irgendwie aus, doch, als wir uns in den gelben Sack hingehört. Ne? Ne? Irgendwie schaut das schon komisch aus. Eigentlich wäre ich bei uns auf die Verpackung nicht eingegangen. Trauen wir uns einmal um schon, ob das andere Seite auch so wird. Ne, das schaut schon ein wenig. Ne, das schaut ein bisschen mühlt aus. Schaut ein wenig aus wie Plastikmüll. Na ja, dann zum Restmüll. Haben wir es in den Restmüll? Hätte ich auch gesagt. Ist ja auch so. Aber da haben wir ja schon Restmüll drin. Haben wir ja eine riesengroße Restmüll drin. Das haben wir jetzt zusammen drin. Ein bisschen zu klein, dass es Platz hat in der Restmüll drin. Richtig. So. Na ja. Na ja. Schaut das, das ist, das lebt noch. Das ist so frisch, das Ei ist lebt noch. Schau. Geht man so frische Eier, wie man verkrochen? Ja. Aha. Nur anpasst. Ja. Ich glaube, die müssen auch gut drauf geben. Nein, das ist gar nicht falsch. Das geht schon so. So. Aber irgendwie für den Müllverband passt das jetzt schon auch wieder ganz gut. He? Könnt man? Wenn man da noch. Wenn man da noch. Wenn man da noch. Wenn es warm bleibt, machen wir zu. Da haben wir jetzt eine Schau. Schön für den Müllverband mit der Flügel. Perfekt. Nicht schnell ran. Na, sehr gut. Lage ich nicht um sich drehen. Geil. Aber hört ihr euch. Genau. Wenn ich die Wand sind, dass wir nicht kochen. Aber hört ihr euch. Aber hört ihr euch. Unsere Bauarbeiter. Unsere Bauarbeiter haben ja immer einen Hunger. Die sind fleißig. Die sind die Stütze der Wirtschaft. Die kriegen jetzt was richtig Gutes. He? Ich hab gesagt. Ich hab gesagt. Wir machen eine Bratwürstel. Was mit Würstel. Und eine Bratwürstel. Ja. Bratwürstel. Bratwürstel. Schau, das nehmen wir da so rein. Dass der Brauch nicht angekommt. Was war bis heute noch vorne noch rum. Aber wir haben das nicht zu weg. Oh ja. Weil es sich ausschaut. Weil es sich ausschaut. Genau. Genau. Wenn wir die Zange. Hast du das Würstel gehört? Na gut. Wenn du mir das zutraust. Ja. Ganzes Würstel zu rüsten. Die können wir schön abraten. Das können wir schön abraten. Das können wir schön abraten. Ja. Bin ich. Na siehst du. Was müssen wir für dich nachkommen? Machen wir. Dann machen wir. Ein Kartoffelbüree dazu. Sehr gut. Ist das eine Idee? Perfekt. Los. Arbeiten wir. Würstel mit Kartoffelbüree ist super. Das ist eine Idee. Oder? Okay. Ich rede das Würstel einmal um. So. Dann spannst du doch heute durch. Hast du ein Stückchen Butterflimmi? Hab ich ja. Ich bereue jetzt schon Butter und ein kleines Töpfel Milch. Hey. Dann können wir richtig ein Gnurzbüree machen. Salzenwurst. Gnurzbüree. Gnurzbüree. Schmeiß ich. Was schmeiß ich? Was schmeiß ich? Was schmeiß ich? Du Koch oder ich? Ja du. Woher soll ich wissen wie viel? Das hat sie eigentlich gehabt. Aber. Ein bekannter Kochkollege hat gesagt, Butter kann es nicht mehr sein. Ach so. Gut. Aber er tut auch ihm. Er tut auch ihm. Ja. Dann hätte man die Butter ja sowieso jetzt da geschnitten. So. Dann ist wieder wegsporiert. Das ist so schön. Das ist so schön. Der machen wir bei der Milch. Das ist so fein geworden. So fein geworden. Das ist schon noch mal. Das ist krass. Das ist krass. So. Jetzt bist du am Ende. Der ist schneller als mit dem Würste. Wie geht's am Würste? Na, es ist noch nicht. Wegt so? Nein. Ja. Es bewegt sich mal nicht Leute. Es bewegt sich. Dann schaffst du das. Na schauen wir mal. Es liegt noch. Es ist aber noch nicht. Es ist noch nicht angebraten. Nein. Nein. Schau kommt schon. Du kriegst schon Farbe. Wie der Bauarbeiter am Bau in der Sonne im Sommer kriegt er auch Farbe. Na bitte. So kriegst du das Würste auch vor. Gell. Das sind ja die armen Hund. Die müssen ja bei jeder Hitz bucheln. Nicht im klimatisierten Büro. Naja. Klimatisiertes Büro ist sicher auch hart. Naja. Das ist anfällig. Das ist schon. Das ist schon ungut, wenn wir da sagen. Im klimatisierten Büro sind sie immer so. Nein, in der Sonne. Am ganzen Tag die Klimaanlage ins Nachtplast. Da kriegst du schon einen Schläfstnack. Das ist schon nicht so ohne. Das ist ja. Also unsere Blanken sind schon. Ja das sind schon ordentlich. Siehst du warum man es aufschneidet? Damit man sieht, dass es fertig ist. Damit es auseinander geht. Genau. Schau. Ja das passt. Schau das passt. Gut. Na dann. Na ja das ist ja mal schön. Lässig anrichten. Das ist ja mal ganz lässig anrichten. Wir brauchen ein Werkzeug. Der Bauarbeiter braucht ein Werkzeug. Ja. Jawohl. Er braucht ein Werkzeug. Da haben wir das Brot da. Schön versprochen. Schön versprochen und schau. Richtig. Gell. Schön versprochen und schau. Super. Ist das was schönes oder? Ist das ein Traum. Schau und wir stehen da drüber. Ist das ein Traum für unsere Bauarbeiter. Einfach ein Wahnsinn oder? Ach das ist ja schon gleich. Gell. Dies machen wir es noch. So. Na ja wenig Schuh haben wir nicht Brauchzeiten. Ja. Aber früh war es auch nicht. Gell. Was macht man jetzt mit dem Ei? Ja. Jetzt schauen wir mal weiter wie man denkt. Ich würde sagen jetzt trinken wir mal einen Schluck. Weil. Unbedingt. Ich trinke einen Bauarbeiter sein Bier. Der wird die Bauarbeiter in der Wahl. Ich trink jetzt ein Menü. Natürlich haben sie verdient ein Bier. Also ein Schluck trinke ich auch. So mehr zum Bauarbeiter. Okay. Einen Schluck habe ich abgetrunken. Ich bin so frech. Was machen wir für unsere Jäger? Für unsere Jäger? Für unsere Jäger hätte ich einen Wildschweinbraten vorbereitet. Super. Wo? Ja. Nur gibt es keinen. Wieso? Ich weiß es nicht. Schießen sie keinen oder verkaufen sie es alle an die Gastheit. So. Und vergunden ihnen sie keinen. Das wird sein. Die Landesregierung hat sich eine Prämie ausgesetzt. Aber Wildschwein. Und wenn sie es an die Gastwirtschaft verkaufen können, noch einmal so viel Geld. Okay. Deswegen haben wir jetzt kein Wildschwein. Daher. Ja dann kriegen wir sich auch nichts zu messen. Dann schauen wir schlecht aus. Dann schauen wir schlecht aus. Aber unsere lieben Beamten. BH und Überräume haben immer das Beamte so brav und fleißig. Jetzt fällt es mal ein. Da brauchen wir dieses Ei. Die klingt ein Ei. Gell? Ja. Unsere Beamten klingt ein Ei. Da machen wir jetzt ein gutes Röhrei für die Beamten. Für die fleißigen oder für die vollen Farben? Für die fleißigen. Die sind ja so fleißig. Ah ja genau. Haben wir ja schon gesagt. Ja. Das sind ja mehr als fleißig. Aber wenn das aber so stinkt, verstehe ich jetzt nicht. Ist das für ein Faul. Irgendwas. Ja das passt oder? Faule Sei. Zu den fleißigen Beamten passt das? Ja faule sei. Zu den Faulen Beamten. Achso zu den Faulen Beamten. Zu den Faulen Beamten. Faule sei. Das passt. Das macht man nicht kochen. Nein. Das lässt man ja gleich. Gell? Das tut auch voll weg. Ja. Wir hätten ja noch ein Semmel dazu reichen sollen oder? Naja das wird nicht geben. Wieso? Der Energiebrühland will ja die ganzen Ecke übertachen mit Solaranlagen. Mit Solarbrille. Das kann man kein Weiz. Das kann nicht immer ein Semmel machen. Ja ja. Also können Sie nicht einmal ein Semmel mehr dazu. Niedermal ein Semmel. Kein Brot. Kein Semmel. Ja liebe Beamte müsst ihr das Faul gleich noch essen. Gibt es nicht so ein anderes Feuch. Gell? Das muss reichen ja. Aber unsere fleißigen Bauern kriegt jetzt was. Ja. Da haben wir aber speziell. Unsere fleißigen Bauern die kriegen jetzt. Da haben wir jetzt ganz was Gutes. Das fetteste Schnitzerl was wir gefunden haben. Gell? Das fetteste Schnitzerl was wir gefunden haben. Das kriegen jetzt unsere Bauern. Und zwar. Weiß nicht warum. Das sind die fettesten Förderungen. Die fettesten Fördertöpfe haben sie. Und alles. Und die schönste Stücke vom ganzen Kuchenschneiden sind die Bauern. Darum kriegen wir jetzt das fetteste Schnitzer von euch. Das fetteste Schnitzer. Genau. Dann haben wir jetzt die Panne. Die Schnitzerdlopfen haben sie. So. Das fettnut kann es nicht sein. Schwaltzeine. So richtig. Würzen dann wir es gut. Die Würze vom Bauern. Was der Bauern nicht würzt wird bei der Förderung gekürzt. Jawohl. Genauso. So. So. Wenn sie es nicht würzt wird gekürzt. Genau. Und das wollen die Bauern. Die können nicht kein Fettnis. Schau das ist. So. 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 Da haben sie die Bauern auch nicht. Weil die auch gleich den ganzen Tag. Und wie viele sie mit dem Wirten zum Frühsch paint an. Also dann dropen auch nicht ne? Ja. Nicht so wie sie die Traktor nahm. Ich najbardziej. Die GPS-Trakta. Genau. Die GPS-Trakta. Da braucht ja gar nicht mehr dabei sein. Nein. Das ist ja. Jetzt mit der neuen Funkfernsteuerung. Aber auch dann lieber gleich so eine Traktorphase auch gerade um. Genau. Und um 12 Uhr holst du mich werе da also jetzt schaes fertig. Es geht schnell. Nachdem man nicht selber fährt, kann man auch keinen Führerschein verlieren. Das ist ja der Vorteil. Man nimmt den Traktor ab und holt ihn an. Den Traktor könnte man noch zu helfen, dann holt ihn an. Das ist perfekt. Die erste Führer fährt selber ins Lagerhaus. Ja, alles. Das ist der technologische Fortschritt. Da verdienen sie zwar weniger, weil das Lagerhaus nimmt alle aus. Weiß ich nicht, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Lager. Oder der Spruch von den Bauern, das Lagerhausen in Bernieden heißt. Aha. Ja. Na gut. Aber im Reiferschenverband sind sie ja alle Mittel. Soll ich da eine Gabel holen? Ja, die Grunde, die Hulzerle. Ja, die da. Ja, die da. Die schiefe. Die passt. Jetzt passt es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr schief. Aber schiefe ist auch nicht mehr. Dann habe ich die gelesen. Das geht. Jetzt ist es nicht mehr schief. Aber wenn wir konnten, siehst du so abfüllen? Das ist ja so. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja zusammen. Und so. Gummiringerl, oder? Jetzt ist es beide Seiten schief. Ja, Problem gelöst. Tragen wir sie einmal um. Können wir eigentlich. Wie scheiße ich den um? Schau. Nein, Können sie auch. Ich kann ja, gell. Mit Staberl essen. Da lebt man schwer. Wie tut ihr das? Ich glaube, die schneiden sie klar. Wie tut ihr das mit Staberl essen? Die essen? Kannst du nicht sagen, ganz. Ne? Die schneiden sie vorher klar. Ne. Ich frage nur, ich frage nur, mit welchem Staberl wir die zugegeben müssen. Ist die voll, die Staberl? Richtig. Das ist der Schnee. Aha, jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's. Aua, schaut, Staberl. Auch unsere Landwirte, gell? Ja, die haben sich was Besonderes verdrängt. Die haben es schön, ja. Weil jetzt, wo es alle statt mit Weizen mit Stromgöttern hinwerden, haben sie ihnen die Bullen schon zugepflastert. Ja. Dann müssen wir die Schwendeln wahrscheinlich wohnenstärken passieren. Ja, das ist ja kein Problem. Wenn wir in den Tierschutz dürfen sie auch die Schwendel auch nicht mehr schaffen. Ja. Wir sind nicht so globalisiert. Wir holen die Schwendel halt aus Neuseeland. Oder Kinder. Aber da können wir die Kiwi. Kiwi? Von Neuseeland. Ja, von Neuseeland. Schwendeln auch, oder? Schon sicher. Ah, schau, schau. Der Mann ist informiert, gell? Ja. Kaffee-trauts-moderator, gell? Kaffee-trauts-moderator, gell? Schau, der weiß das. Mir hat das nicht geholfen. Die züchten es extra für uns. Extra für uns. Ja. Wenn wir eh glühe haben. Aber die tun wir wieder extra. Pinke Bio-Scheier. Jawohl. Schönen wir eh aus. Pinke. Das sind die Piraten für die SPÖ. Ah, die gibt es auch noch. Und die Tüchi-Schwarze-Misch. Da gibt es aber die schwarzen Mischchen. Die schwarzen Schäckchen. Ja, die gibt es auch noch. Die gibt es auch noch. Die machen es für die ÖVP. Aha. Haben die auch eigentlich? Die haben wir gleich einmal alle Eingern. Aha. Und die, wo beim Saubank die Mischchen drin ist vom Schraubstrenner, die kriegen die blauen, oder? Die kriegen die blauen, ja. Die blauen Facken. Nice. Das tut ganz klar. So läuft das. Schau. 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 Er lernt. Schau. Das ist ja. Das ist ja nicht anfänglich. Ich könnte es zu früh auswandern nach China. Ich glaube ich auch. Ich glaube ich auch. Ja. Ich glaube ich auch. Ja. Ich muss nicht so machen. Oder Leisessen. Oder Leisessen. Oder Leisessen. Wie zum Fleisch? Zum Fleisch? Passt nicht mehr. Ich muss nicht so viel essen. Naja. Naja. Vielleicht ein bisschen. Zum Schnitt. Oh, zu dem Fleisch. Neun ist es eh vom Handwerk. Bissler bereit. Bin ja überzeugt. Ja. Sollten wir schon dazu. Ja. Bei uns sind die überall. Da steht jetzt neun selber raus. Achso. Ja, ja. Die sind überall raus. Wo, 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 wo es gerade ist. Gibt es ihnen da. Ja, ja. Da sind sie dabei. Und das Förderanen gibt es nicht. Das Förderanen gibt es nicht. Sowieso. Ja. Schau. 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 Ja, das riecht man. Das riecht man jetzt an. Ein Teller. Ida. Schau. 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 Ja. Ja. Schau. 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 Ja. Ich weiß nicht. Aussterbende Wasser. Alles so. Nein. Hätten wir schon. Was sind die ANS am Stilten? Kann ich nicht alles so sagen. Was sind die alles so? Nein. Müsst ihr sich die selber vermitteln. Ja. Die bleiben einfach. Die bleiben einfach. Die bleiben einfach. Einfach. Die bleiben einfach. Ja. Die warten aus Falle ein. Genau. So machen wir das. Genau. Und was haben wir für unsere grünen Spaghetti in der Sonne gekocht? Genau. Da nehmen wir einfach einen Topf mit kaltem Wasser. Da nehmen wir drei Nudeln hin. Das haben wir schon gesehen. Oder fünf Nudeln hin. Das haben sie schon gehört. Das haben sie schon gemacht. Ja. Und das machen wir jetzt. Und das machen wir jetzt. Das machen wir auch. Da holen wir uns jetzt einen Topf. Und fünf Nudeln. Da haben wir es. Wie viele. Wie viele. Sieben. 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 Das machen wir jetzt. Ja. Das machen wir jetzt. Wir haben zwar keine Sonne heute. Oder es machen nichts. Das funktioniert. Die Grünen haben gesagt, das funktioniert. Sieben. 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 Die. Die sind Genies. Das ist ja dran. Dann werden wir jetzt ein kleines Minutes haben. Ja, ja, ja. Von zwei Wochen erst rausgestellt und jetzt fertig. Ja, hat er zwei Wochen dauert. Ja, aber ich suche es euch nicht. Du sagst aber, die sind so blöd. Dann wirst du sagen, wenn du siehst. Oder aufgenommen. Aufgenommen, fast ein bisschen lang lassen wollen sie. Fast ein bisschen lang lassen. Ja, das ist fast ein bisschen lang. Ja, das ist fast ein bisschen lang. Ah, das ist auch glöd, oder? Das kannst du nicht einmal dort machen. Schnell, ich darf es dir sagen. Da, da, da. Das sind Nudeln, haben wir gesagt. Wer haben sie sich einfach nicht verdient, gell? Und... Da habe ich zu überraschen. Aha. Haben wir gerade? Nein, ich wollte erst einen Unkraut zu pfen. Das ist immer gut. Ja, ganz im Garten habe ich Unkraut zu pfen. Dann habe ich mir gedacht, da mache ich ein Pesto. Ein richtig gutes Unkraut-Pesto. Schau, wie das. Schau, wie das schön ist. Unkraut-Pesto vom Pfälzen. Schau. Ist das was schönes? Schau. Mach ich mal lieber. Mach ich mal lieber. Unkraut. Das ist schon was. Ist das ein Wahnsinn? Das ist das ein Wahnsinn. So. Schau. Nein, da haben wir es. Da haben wir es gelernt, nicht. Frisch aus dem Garten. Schau, ganz zarte Brennnessel. Brennnessel? Brennnessel. Schau. Da machen wir es. Nein, Brennnessel. Schau. Das tut weh. Das ist gut. Das tut weh. Schau. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh aus wie die ganzen Ässerungen von den Grünen. So sticht das. Das tut furchtbar weh. Schau. Aber weh an jede Meinung von den Grünen. So weh tut das. Die Grünen haben wenigstens eine eigene Meinung. Das positive einmal sehen. Ja, tut zwar weh. Richtig. Tut zwar weh, aber ja. Die Meinung gibt es ja meistens zwei oder sie haben wenigstens. Meinung ist Meinung. Ja. Genau. Achtung, hast du gesagt. Achtung, hast du gesagt? Ja. Achtung, alle Achtung. Achtung, ÖVP. Achtung ÖVP. ÖVP. Da brauchen wir einen Teller. Und was werden wir drauf tun? Die ÖVP, die kriegen wir über ein bisschen was. Die Masken sind ja immer dumm. Die Masken sind immer dumm. Die kriegen über ein bisschen was. Hast du einen Löffel für mich? Nehmen wir uns. Nehmen wir uns. Nehmen wir uns. Da schau, da kriegen sie. Löffel, Messer. Da kriegen sie ein Stückchen. Für die Grünen. Für die Bauarbeiter kriegen sie ein Stückchen. Gell? Haben wir die gesehen? Für die Neos kriegen sie ein Stückchen. Einen Senf geben sie auch wieder dazu. Da kriegen sie auch einen. Ein Stückchen aber auch? Ja, ja, sagen sie auch ganz gern. Genau. Genau. Da. Nein. ÖVP. 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 Natürlich. Weil die Bauern sind ja auch bei der ÖVP. Die kriegen natürlich eine fette Stücke vom Schnitzel. Gell? Nur von den Grünen nichts. Weil dann können wir die nochmal wegnehmen. Sonst soll ich auch nichts. Und sie haben ja gut keine Stücke. Haben eh eine Maske. Aber sie kriegen auch da vom Steak ein Stückchen, gell? Ein Stückchen? Sie wissen nicht, wie wen sie zum Backen sollen. Ein Stückchen. Das soll ich schon nicht. Da kriegen sie auch vom Steak ein Stückchen, gell? Und ein bissl ein Soße. Die Grünen ja kennen sie gar nicht. Aber mit der SPÖ, die kritisieren sie die ganzen Jahre so. Das kann ja nicht gut sein. Wenn ich mit einem, der meiner Meinung nach alles falsch mag, koalieren will, das geht ja gar nicht. Weiß man es? Nein. Weiß man nicht. Ich schau in der Bundesrepublik und die kriegen nicht die Schwarzen. Wenn sie auch noch die Sachen... Funktioniert zwar auch nicht, aber ein bissl ein Soßkreis auch noch drauf, gell? Für die Blauen. Wenn sie ein paar gescheite Posten kriegen, dann sind sie wieder gut mit ihnen. Ja. So. Ich auch zu sagen, das ist für die Schwarzen schon ein schönes Menü, gell? Für überall bis sein was. Nichts Gescheites fahren, nichts Gescheites hinten. Für überall bis sein was, gell? So einen billigen... billigen Motschgarten-Durchschnitt. Gell? So kriegen wir das schönes, oder? So. Woher nur? Da fehlt noch die FPÖ. Was ist blauer ist? Die FPÖ Gürgenland. Ja? Die kriegt nichts zum Essen. Da gefunden haben wir, das ist ja nicht, weil Blaufränkisch, das passt. Dies bisschen muss die FPÖ essen, das können sie eh trinken auch. Da können sie einen Blaufränkischen spritzen. Spritzen, genau. Nein, 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 nein. Blaufränkisch gespritzt. Aber so viel kommt nicht auf ihren. Löw, das ist zu viel, meinst du? Ja, zu viel. Haben die nicht, oder? Der Peter, der hat vielleicht so ein bisschen Boden betätigt. Ja, das ist recht. Flüminger sind die nicht. 10 Prozent, da sind wir. 10 Prozent, da sind wir. Nein, nein, der Patient muss wegnehmen. Oha! Ja, da müssen wir. Wo müssen wir laufen? Strengtieren. Ah, das nehmen wir als Hochschort. Noch immer, ja. Noch immer, ja, Wahnsinn. Warum heißt der Blaufränkisch, wenn er rot ist? Ah! Weil er aus Blau in der Hand gemacht wird. Wie muss ich sagen? Er ist rot. Nein. Aber zu den Blauen, Blaufränkisch. Sie haben auch wirklich die Roten zusammenarbeit. Wahrscheinlich deshalb. Wahrscheinlich deshalb. Wahrscheinlich deshalb. Da. Deswegen hast du ja mein Blaufränkisch. Wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, das sind jetzt 7 Prozent. Nicht ganz. Nein, nein. Da fällt noch. So. Gell? Das ist für die blauen Milch. Das ist schon gut, ja. Passt nicht, ja? Das passt sehr gut. Mehr. Kriegen Sie nicht mehr als das alles. Haben wir noch wen vergessen? Ja. Unser Landeshauptmann. Naja, was kriegt der? Unser Landeshauptmann. Was machen wir feiern? Ja, der Landeshauptmann, der Landeshauptmann hat ja sowieso alles an sich gerissen. Alleinregierung, die ganze Macht an sich gerissen. Also der Landeshauptmann, wie ich sagen, der nimmt sich auf alles, der Landeshauptmann. Das passt. Gell? Das passt. Gell? Das ist nicht geht's. Er macht alles an sich. Ja. Kann man alles haben. Ja. Und alle anderen Parteien kriegen kein Lass-Teller, weil die kriegen schon mal so raus. Genau. Aber nur Anteile für alle Parteien, wenn wir müssen. Nein, mehr ist nicht drin. Genau. Mehr ist nicht einmal drin. Da ist ja auch ein Teil an die Kochsendung. Richtig, ja. Ja. Völlig richtig. Ja. Ist jetzt so? Ich würde auch sagen, jetzt haben wir alle verköstigt. Jeder hat ein bisschen was gehabt vom fetten Kuchen. Und wir werden uns verabschieden. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Nachkochen. Viel Spaß beim Nachkochen. Macht euch noch ein lustigen Waschen. Nicht gar zu viel feiern. Nicht, dass es euch so geht wie wir. Jetzt safe ich das letzte 10% von den blauen Saub. Ja, das ist weg. Was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg. Schauen wir einmal, wie es bei der nächsten Wohl ausschaut. Wenn es eigentlich in die Tostko gehört hat. Ja. Schauen wir einmal, wie es bei der nächsten Wohl ausschaut. Genau. Sie es geben ja auch wieder ein paar Prozent. Ja, mehr oder weniger. Ja, das ist geil. Jawohl. Nun. Also未- Zeitsen. Ja. Zonder. Ma. Tumb hơn. Kast, Neil. Untertitelung des ZDF, 2020